Entrobac ist ja ein Produkt auf Basis von probiotischen Bakterien. Vielleicht noch vorweg, das Besondere an den Bakterien ist, dass es in dem Produkt in Form von Sporen enthalten sind und wenn die durch die Magenpassage eben durchwandern, überleben die das, kommen also teilungsfähig aktiv im Dünndarm und Dickdarm dann bei der Taube an. Das ist eine Besonderheit, die für diesen Keim, den wir hier verwenden, eben zu konstatieren ist. Wie verwendet man das jetzt an? Probiotische Bakterien sollte man eigentlich möglichst häufig den Tauben verabreichen. Man kann das auch über zwei, drei Tage in der Woche verteilen, also dass man so jeden zweiten Tag anwendet. Tatsächlich auf meinem eigenen Taubenschlag füttere ich das Entrobac sehr häufig. Immer wenn ich irgendwas übers Futter gebe, ist Entrobac mit dabei. Und zielgerichtet ist besonders empfehlenswert vor allen Stressphasen, also vor Impfungen zum Beispiel. Dann bei Jungtauben im Zuge des Absetzens ist es sinnvoll. Bei Jungtauben natürlich, wenn die das erste Mal in den Kabi kommen oder der erste Korbaufenthalt, immer wenn wir Probleme möglicherweise eben erwarten, macht es Sinn, Entrobac den Tauben zu füttern. Ja, wenn man noch nachdenkt in Bezug auf die Reisesaison, dann ist das ein Produkt, was wir empfehlen am Anfang der Woche nach dem Wettflug. Wenn man also schon am Flugtag ist es möglich, Entrobac zu füttern, um hier sehr früh in der Woche schon wieder diese Möglichkeiten der Darmstabilisierung eben einzusetzen. Die Art und Weise, wie Entrobac verabreicht wird oder gefüttert wird, ist sinnvollerweise mit unserem Produkt Morgold. Morgold ist ja ein Produkt, was eine sehr, sehr gute Klebefähigkeit auch hat, selbst auch aufgrund seiner Bestandteile der Huminsäuren eine förderliche Funktion für den Verdauungstrakt ausübt, auch so eine entgiftende Funktion, weil es bestimmte Substanzen in der Lage ist eben auch ab zu absorbieren, damit auszuschleusen, diesen natürlichen Vorgang auch zu fördern. Und in der Reisezeit ist es dann auch sehr sinnvoll, um den Energiebedarf noch zu erhöhen, beziehungsweise die Energieversorgung zu erhöhen in Form von unserem Oregano Schaffett. Das ist ja ein Produkt, was auch sehr gute Bindefähigkeiten hat. Und so gesehen ist Entrobac eben mit den beiden Ergänzungsfuttermitteln sehr, sehr gut übers Futter zu dosieren. Ja. 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 Ja.